Wunderschönen guten Morgen vom Hockenheimring, Freunde. Heute sehr viele ganz besondere Autos. Ich nehme euch ein bisschen mit. Sind dann auch erst einmal runter an die Strecke. Was waren wir heute? Film. Also Leute, kranke Autos, soweit das Auge reichen kann. Zwei GT3 Cup, die als Race-Taxi mitgefahren sind. Der ein oder andere GT3 RS. Einfach nur ein richtig, richtig krasses Line-Up, Leute. Aber neben der ganzen Action auch so ein Käffchen zum Entspannen darf natürlich auch nicht fehlen.